Du hattest mir nicht einen Schluck zu trinken von dem? Nein, nein. Ein bisschen Wasser? Nein? Okay, danke. Ist mir auch ein Stückchen glas? Ja, das ist für mich. Ist es für dich? Ja. Warum? Weil wir sie enttagen. Ja, das ist eine gute Antwort, Mann. Hast du mir auch einen Schluck von dem? Darf ich auch ein bisschen haben? Warum nicht? Einfach nicht. Ja. Du hast mir den Schluck zu trinken. Oh, darf ich auch Beiss haben? Darf ich auch Beiss haben? Nein. Ich habe gesehen, du gibst hier Beisse. Nein, ich dachte, ich könnte auch ein bisschen. Ihr versteht, wo ihr perfekt ist. Schwierig, oder? Nein. Eigentlich nicht. Nein. Was? Hey, darf ich ein Beiss haben? Nein, wenn ich das sehe. Okay. Äh, äh, und Poco, die, äh, Hamburger, Bermä. Sie wollen. Und? Und? Nein, und? Nein, 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 nein. Così. Nein, Così, nein. Hey, heisst du mir einen Schluck? Nein. Nein, komm. Salut. Du hast mir nicht ein Pommes frites? Nein. Ich habe gerade Hunger. Oh, merci vielmals. Hallo, Aldo. Vom Hamburger gibst du mir nichts. Man kann schon ein bisschen haben, wenn er will. Sicher? Ja. Einen kleinen, ganz kleinen. Hm, du bist ja lieb, super. Grüß dich wohl. Grüß dich wohl. Dir habt ihr auch so Occasion-Zeug? So Schocke-Stänge? Nein, nein. Nicht, nein. Nicht gratis. Gar nicht gratis. Hast du es mal etwas gratis gegeben? Nein, eigentlich nicht. Ja. Ja. Also, schade. Und so eine Ketsche darf ich nicht nehmen. Das ist auch nicht. Das ist das auch nicht. Hier könnt ihr noch, bevor du fertig bist, ein Stückchen haben. Hm. The first thing I don't speak in the Swiss German. Before you're finished, can I have a little piece of it? Sure. Yes, yes. Why not? It's really good. You're great, thank you. Good. Nice day. Ciao. Hallo. Das ist Don, oder? Ja, ich weiss, was das ist. Das ist Don. Das ist Stun, ja. Das ist sauergut. Es geht. Darum geht es ein bisschen Hunger. Darf ich nicht ein bisschen? Bitte? Es wird sich hell. Es wird sich hellziehen, oder? Nein, nein. Kann ich mit den Fingers so? Wenn Sie will? Fahle ich so mit ... Ja, ist? Ja, ja. Geht's? Super, ey. Ja, komm jetzt. Ja, man ist nicht so grämig. Sorry, du hättest mir nicht einen Schluck Bier. Yes! Du auch nicht. Ja, super. Ja, sehr gut. Ja, danke. Du musst ein Interview machen. Ob Schweiz! Darfst du ihn gerade haben? Nein, da warte ich wieder. Zwölf Sturz. Zwölf Sturz. Darf ich noch etwas sagen? Ey, ich bin Gott! Ich habe mich probiert, gell? Was? Zum Wohl. Es ist sehr gut. Ich habe Hunger. Das sind die Vergine clefische Trefe insalonlassen. Sehr gut. Das finde ich k 굉장히 gut! In 내려geste eine Ahnung? Das finde ich auch